Die Automobilindustrie wird sich in den nächsten zehn Jahren stärker verändern, als sie es in den letzten 50 Jahren getan hat. Flex Automotive ist aktiv an diesen Veränderungen beteiligt. Fortschritte in der Konnektivität, der Elektrifizierung, im Bereich Umwelttechnologien und im autonomen Fahren treiben diese Veränderungen an. Das sind auch die Technologien, auf die wir unseren Fokus legen bei Flex Automotive. Unser Team von weltweit über 20.000 Ingenieuren arbeitet mit führenden Automobilherstellern und Startups zusammen. Gemeinsam bringen wir die neuesten, aufregendsten Ideen und Technologien der Branche auf den Markt. In unserem Design Center in Stuttgart entwickeln, testen und validieren wir Komponenten der Fahrzeugbeleuchtung, Innenausstattung sowie elektrische Steuergeräte und Energiewandler für die Automobilindustrie. Zusammenarbeit ist für uns der Schlüssel zum Erfolg. Der respektvolle und professionelle Umgang miteinander erlaubt es uns, unseren Kunden als effektives Team zur Seite zu stehen. Wir arbeiten in einem offenen, dynamischen und kundenorientierten Umfeld. Wir stellen hohe Anforderungen an unsere Mitarbeiter und bieten ihnen die Möglichkeit, ihr Potenzial zu entfalten, damit sie die Grenzen des Automobildesigns neu definieren können. Auf Wiedersehen! yt Untertitelung des ZDF, 2020